Warum fühlt man sich auf einer Vespa plötzlich jünger? Liebe Leserinnen und Leser, ich bin Judith Pinot und das ist mein Buch Läuft da was? Wann ist eine Frau eigentlich nicht mehr jung? Warum ist 40 Werden so verdammt schwer? Kann man glücklich verheiratet sein und sich trotzdem in einen jüngeren Mann verlieben? Was ist beinahe Sex? Warten wir alle nur, bis das Leben endlich anfängt? Wann genau ist die Leichtigkeit aus unserem Leben verschwunden? Kann man Mutter einer Herde sein und sich selbst nicht verlieren? Warum können Männer so viel leichter Kinder und Karriere haben als wir Frauen? Wie viel Mut braucht man für ein Quickie in der Umkleidekabine? Läuft da was? Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020